Hier sieht man vereinzelt Bienen, Kundschafterinnen, wieder in den Schwarm reinfliegen, die sich jetzt auf die Suche nach einem schönen Kätzchen gemacht haben und dem Schwarm jetzt mitteilen, dass es da ganz super, wo es zu wohnen gibt. Und irgendeine dieser Kundschafterinnen wird sich dann mal durchsetzen, indem sie den Schwarm immer wieder auffordert, doch mitzufliegen und sich den Platz auch anzusehen. Und das kann jetzt noch Stunden, manchmal sogar Tage dauern. Nachdem es heute ein bisschen nieselt, haben wir jetzt auch gar keine Eile, weil natürlich fliegen sie auch am liebsten los, wenn die Flügel schon trocken sind, also bei Sonnenschein.